Es ist kalt, doch die Welt brennt. Ich suche Halt, der mich aufwängt. Es ergeht, jedem Einzelnen von uns gleich, wenn wir allein sind. Es ist kalt, doch die Welt brennt. Wir wollen schwarz, bis sie aufwählt. Es ergeht, jedem Einzelnen von uns gleich, wenn wir zu zweit sind. Es ist einfach so etwas überdimensioniert. Bist du sicher, dass das reicht? Er sagt so, mit einer Evo haben sie früher, also mit zwei Evos, hin links und rechts, haben sie früher 2000 Leute im Spiel und wir haben 16 Evos. Das ist ein Schwarz-Evo-Top-Brauch als Infill. Ja, auf der Zeichnung hatten wir das ja auch drauf. Genau, also das ist dann praktisch zwei von denen übereinander. Dann sind wir hier und machen oben noch so ein Silbernist drauf. Ja, auf jeden Fall. Und halt auch als Glückwasser. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben das jetzt viel zu nahe aneinander gemacht, Alter. Wir sind doch kein... Wir sind doch kein... Wir sind doch kein... Wir sind doch kein... Wir wollen uns nicht richtig nehmen. Jetzt hier einholen wir mal um. Auf die Hände für zwei Hände für zwei Hände. Also der ursprüngliche Plan war, dass die 6.000 aneinander sind. Dann sind sie zu breit. Die sollen... Ich glaube auch diesmal ist tatsächlich so... Wir können ja echt damit zuhoch sagen, dass er auch mal Bewegung machen kann. Das ist echt. Weil guck mal, wenn du so einen epischen Moment hast, und du hast die Movie Hats, so gehen die so runter, ja? Und dann fahren die alle so ganz langsam hoch. Dann vielleicht genau auf die Linie von denen... Ich glaube, das geht schon gut rum. Mhm. Jetzt muss ich dir mal sagen, dass er das noch vor... Das hat er niemals wieder mehr. Ja, okay. Und diese Zeit kannst du es schneller machen, als in Cologne, richtig? Ja. Ja. Ich glaube, für einen Held-Moment ist es wirklich schön, wenn es einfach so... BAM! Was denkst du, wenn wir die Movie Hats auf dem gleichen Lied als dieses LED-Panel setzen? Ja. Ja. Und ich war sitzen bei Hause, auf ein Stück Papier. Ich dachte, ich möchte hier LED-Square, mit dieser Distanz, und dann Stropen in der Mitte. Ich war es mit meiner Hand. Andere Autores Wie! Wie GA! Wie! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.